Ich fange es! Ich fange es! Es ist so flott! Eins, zwei! Es sind unsere drei Wochen fast vorbei. Jetzt ist Donnerstag, letzter Donnerstag. Jetzt haben wir nur noch Freitag und am Samstag müssen wir den Wagen abgeben. Und um Sonntag fliegen wir. Jetzt haben wir hier einen ganz schönen Camping. Drei Stunden von Whitehall sind wir, wir sind wieder in Kanada. Jetzt gehen wir da ein bisschen gucken. Wir sind an einem See. Sehr herzig. Ganz schöne Plätze gerade am See. Aber da die Jungs ganz sicher sind wollen, dass der Internetzugang hundertprozentig ist, haben wir den ersten Platz genommen, wo ganz nah das Häusern ist. Aber hier gibt es sehr, sehr schön Hause. Der Paninengrund. Und da sind wir endlich schon jetzt beschäftigt. Dschungel! Mit der Mama Monika! Mit der Mama Monika! Das ist ein Camping. Das ist gerade am See. Das ist ein sehr grosser See. Und nach der anderen Seite. Und nach der anderen Seite. Das ist ein sehr grosser See. Das ist ein sehr grosser Schuss. Und nach der anderen Seite. Jetzt kommt noch ein sehr grosser Schuss. Das ist das Mücken. Da kann man schon draussen sitzen, also so ganz so schick wie jetzt, wie dieses Camping, habe ich fast nicht gesehen. Es ist jetzt wirklich fast wie ein Schwede, sehr schön. Silber und Bäume an der Placke mit der glückvollen Tag, die in Sternenkleber war, Traurigkeit und Frieden. Gut, da kann ich gerade weiter. Du jetzt. Wir sind von dem, was eins geschaut. Silber und Bäume verpacken. In einer kleinen Nachtbahn, gegen Sternenkleber. Kann man wahrscheinlich auch schön baden, wenn es ein bisschen wärmer ist. Ja, man kann auch sehr warm sein. Das ist eigentlich sehr schade. Ja, sehr, sehr schön. Ein schöner Strand im Hintergrund. Sehr schön. Ich group'n청. Für Jungen und Bäume, und Baume sind von den Tod eins geschaut. Von den silbernen Träumen von der Wonka und in der gläserigen Frau Schönen Lüben, Tannen, schönen Garten. Hier ist es ganz schön geschmückt. Und hier ist schon die Kerze. Also ein Licht. In ganz vielen Bäumen finde ich das. Sieht wahrscheinlich sehr schön aus, wenn es da hinten drin ist. Und hier hinten ganz schön. Und hier hinten vor ihm, was ich lieber an mir erzählt. Der Junge hängt dem Mund von Monika. Sieht von dem, was eins geschah. Silben und Träumen. Auf zum Rot. Duschen, ganz schön. Schön, ne? Alles schön in Rot. Und wieder. Irgendwann zuiren. Glocken, Booksquere. Also Irgendwann. In der Im wizard movement. Das ist in der Mitte. Für mich governs auf in der Mitte. Ja, dafür sind wir hier. Ja. Das ist so und ein Bit und attack. Nein, nein, nein. Ist das auf Restaurant? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. So, jetzt. Und die Prau-Ling-Leute. Du hast ein Lied und deinen Engel spät im Raum. Ich habe dein Herz, bist es bereits oder frau. Diesmal stell ich ihre E-Mail vor. Okay. Okay, dann haben wir den Morgen noch einen Gång.